Robert Du Bois. Er sitzt, weil er Superman mit einer Kryptonitkugel auf die Intensivstation gebracht hat. Ich mach nicht mit bei Ihrer Suicide Squad. Wir werden sehen. Mein Gerichtstermin steht an. Und Miss Waller meinte, du könntest mir helfen. Sie drohen meiner Tochter! Alle die Waffen runter. Miss Waller, ich muss nicht... Alle Waffen runter! Ich würde nicht so extreme Maßnahmen ergreifen, wenn diese Mission nicht wichtiger wäre, als Sie es überhaupt ahnen. Sind Sie dabei? Oder nicht? Gut. Dann zu Ihrem Team. Jedes Teammitglied wurde wegen seiner oder ihrer einzigartigen Fähigkeiten ausgewählt. Hey Leute! Entschuldigung, ich musste kurz nochmal groß. Gut zu wissen. Ist das Ding ein Hund? Ein Hund? Was für ein Hund sollen das sein? Ich tippe auf afghanischen Windhund. Oh mein Gott! Ist das ein Werwolf? Ihr habt mich neben Werwolf gesetzt! Jo, lasst mich auf! Hey, hey! Er ist kein Werwolf, okay? Er ist ein Wiesel. Er ist harmlos. Vielleicht nicht harmlos. Er hat 27 Kinder umgebracht. Aber naja... Ihre Mission lautet, jeden Hinweis auf etwas zu zerstören, das den Namen Projekt Starfish trägt. Irgendwelche Fragen? Starfish ist auch Slank für Arschloch. Hat das hiermit was zu tun? Nein. Nein? Okay. Legen wir los. Das ist Selbstmord. Na ja, ist irgendwie unser Ding. Ich bin ein Superheld! Das ist mein Wert. Ich bringe dich hier lebend raus. Ich bringe dich hier lebend raus. Ratatouille, was siehst du? Vogel! Na na we! Halt dich aus dem Funk raus! Na na we! Halt dich aus dem Funk raus! Ja! 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 Ja!